Was sind eigentlich Livestreams? Livestreams erhalten Einzug in mehr und mehr Bereiche unseres modernen Lebens. Im Grunde ist ein Stream das Übertragen von Bild und Ton in Echtzeit. Falls Pressekonferenz, ein Influencer auf Twitch oder die ersten Schritte des eigenen Kindes. Es bieten sich viele Möglichkeiten, Happenings online zu teilen, in den Momenten, in denen sie passieren. Doch so vielschichtig und undurchsichtig die Möglichkeiten sind, so sind es auch die Anwendungsbereiche. Dabei kann es sich um die Übertragung eines Events handeln, aber auch um ein Wendekonzept, welches als Streaming-First geplant ist. Doch kann ein Stream mehr sein, als eine Kamera, die ein Bild zu dem Zuschauer nach Hause überträgt? Mehrere Kameras und eine höhere Produktionserwand können verschiedene Winkel und tiefere Einblicke in das Geschehnis bieten. Möglichkeiten zu Interaktionen, wie ein integrierter Chat oder Abstimmungstools, erzeugen eine stärkere Bindung des Zuschauers. Außerdem experimentieren wir, wie manche andere Streamer, mit neuen Interaktionsmöglichkeiten, die es dem Zuschauer ermöglichen, die Geschehnisse im Stream direkt zu beeinflussen. Noch sind die Grenzen der Übertragung und der Interaktion nicht erreicht. Wir sind ready, wenn Sie es sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017